T-Shirt Business 2020, wie kannst du mit dem Kampagnenmodell Geld verdienen? Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel und in diesem Video wollen wir uns mal das Kampagnenmodell anschauen. Was ist es genau und wie du damit Geld verdienen kannst? Wenn du neu bist auf dem Kanal, auf meinem Kanal dreht sich alles um Print-on-Demand und wie du damit Geld verdienen kannst von zu Hause, ohne ein Produkt verschicken zu müssen. Was ist Print-on-Demand? Druck bei Bedarf. Heutzutage kannst du alles drucken lassen und personalisieren lassen, teilweise auch und verschicken lassen. Und du musst es nicht selbst bedrucken, irgendwie natürlich geht es auch, ist auch eine legitime Form und auch so kann man Geld verdienen. Aber ich habe einfach keinen Bock auf Druckmaschinen und so weiter. Ich hätte zwar den Lagerraum und so weiter, ich habe keinen Bock auf die Checkerei. Und vielleicht kommt das noch irgendwann in Zukunft, wer weiß. Wie gesagt, die Möglichkeiten hätte ich vom Raum her. Aber ich habe halt herausgefunden, dass es einfach für Menschen eine unglaublich coole Chance ist, sich Geld nebenbei zu verdienen. Und aber auch was Riesengroßes aufzubauen. Und vielleicht geht es dir wie mir damals, ich war Postbote, wollte einfach aus meinem Job raus, ich war total unzufrieden, hatte keinen Bock mehr und habe danach Alternativen gesucht, wie ich im Internet Geld verdienen kann. Und bin eben auf diese Modelle gestoßen. Mich fasziniert es bis heute, weil es einfach ein sehr, sehr kreatives Business ist. Du kannst direkt Produkte erstellen und kannst die Menschen verfügbar machen und dann verkaufen. Du kannst die auch skalieren, sprich groß machen durch Werbeanzeigen. Und das geht eben mit dem Kampagnenmodell. Und das wollen wir uns heute mal genau anschauen. Auch wie man ein Produkt erstellt, wie man das auf einer Plattform hochlädt, eine Kampagne sozusagen macht und dann auch eine Werbeanzeige aufsetzt. All das schauen wir uns heute mal an. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei und dazu wechseln wir einfach mal auf meinen Computer. So, und die Reise startet hier mit zwei Accounts, die du brauchst. Einmal bei Facebook, ein Facebook Business Manager Account. Und dann brauchst du noch bei einer Print-on-Demand-Plattform, die eben das Kampagnenmodell auch anbietet, einen Account. Wir wählen jetzt in dem Fall mal Teasily aus. Dort gehst du auf die Hauptseite, gehst auf Register und kannst dann hier eben deinen Account erstellen. In dem Fall wollen wir hier verkaufen. Du kannst aber auch Shirty für den Fall nutzen. Das ist einmal die Seite shirty.com. Und dort natürlich auch, du müsstest es selber verkaufen. Dann gibst du hier deine Daten ein und erstellst dir mal einen Account. Ich werde jetzt aber in dem Beispiel mit Teasily das Ganze machen. Wenn du in Deutschland verkaufen möchtest, dann würde ich dir Shirty definitiv empfehlen. Weltweit würde ich Teasily eher bevorzugen. Die haben einfach nochmal mehr Produkte und im Ausland nochmal eine bessere Struktur, einfach weil sie auch dort fertigen lassen. Genau, hast du die zwei Accounts am Start, dann geht es natürlich auch daran, ein Produkt zu kreieren. Optimalfall, du hast eine Zielgruppe im Kopf und diese lässt sich dann eben auch über Facebook ansprechen. Das ist eben ganz wichtig. Was sich über Facebook ansprechen lässt, sind zum Beispiel Haustierfans oder bestimmte Berufe oder Hobbys. Ja, alle möglichen Arten von Hobbys. Das funktioniert sensationell, aber auch politische Dinge. Aber das ist ein bisschen vermientes Gelände. Wir können da gleich mal reingehen in die Eingabemaske und schauen uns das nochmal ganz genau an. Das sind einfach gute Themen, um da zu starten. Wir machen jetzt einfach mal so ein Beispielprodukt, nur um das Ganze mal zu erklären, wie es so vom Technischen Respekt her einfach funktioniert. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Ich melde mich bei Teasily mal an und dann erstellen wir mal unser erstes Produkt. So, und da haben wir hier die Oberfläche von Teasily, da hast du hier verschiedene Statistiken, die du dir anschauen kannst. Und kannst aber auch direkt hier mal oben schauen, was es noch alles gibt. Du kannst, siehst hier den Payout-Analysedaten, du kannst Upsells integrieren. Was ist ein Upsell? Du hast ein bestehendes Produkt, was gut funktioniert und kannst deinen Kunden dann im Verkaufsprozess nochmal ein zusätzliches Produkt zusätzlich anbieten. Was sich bei mir ganz gut bewährt hat, das gleiche Produkt, nur nochmal mit einem Rabatt. Es gibt immer wieder, also so von zehn Leuten nutzen das zwei teilweise und da kannst du natürlich zusätzliche Umsätze machen. Das ist schon eine ganz coole Geschichte. Du kannst auch Promotions fahren, also mit Rabattcodes arbeiten, einen Store eröffnen oder eine eigene Domain dann, also den Store, den Laden quasi über eine eigene Domain laufen lassen. Das sind www.xyz-Shirts. Ja, dann geht der Kunde nicht mehr über die Teasily-Domain, teasily.com, slash deine Kampagne, sondern eben über deinen Store kommen die dann da rein. In den Settings stellst du natürlich alle deine Daten ein. Sagst hier Name und so weiter, Passwort und genau kannst du noch verschiedene andere Sachen dann auch einstellen. So, wir wollen jetzt mal unser erstes Produkt kreieren, gehen hier auf Create Product und dann siehst du schon hier eine große Vielfalt an Sachen, die du machen kannst. Apparel, das sind halt Klamotten, All-Over-Sachen, Schuhe, Fleece-Blankets oder Pillows, also Kissen oder eben Decken, Hoodie-Decken, Bettzeug, Tassen, Phone-Cases, Smartphone-Hüllen. Dann Schmuck, es gibt auch Bilder oder Double, das sind Kampagnen, wo du quasi Partnerkampagnen, du kannst für den Mann und die Frau quasi zusammen Kampagnen machen. Das ist natürlich geil für Valentinstag, wenn man da irgendwie so Partnerideen hat oder eben das Dropshipping-Programm, das muss man sich aber erst freischalten lassen, wo man über Teasily dann auch Dropshipping machen kann. Alles eine ganz coole Sache und wir starten einfach mal mit dem Basic-Ding mit einem T-Shirt. Und können dann hier eben unser Produkt dann einstellen, die verschiedenen Farben dazu, können dann natürlich auch, mittlerweile geht es auch, dass man sämtliche andere Produkte auch mit integriert. Es gibt sogar mittlerweile auch Fußmatten, das hatte ich ganz vergessen, auch die sind, die waren jetzt eben da gar nicht abgebildet, Organic-Klamotten, Premium-Sachen und so weiter. Also man kann auch andere Produkte auch mit hier in die eine Kampagne mit aufnehmen, das ist halt auch ganz cool. So kann der Kunde quasi das eine Design quasi mit verschiedenen Produkten, dann kann er dann auch kaufen. Du kannst hier natürlich auch so direkt was draufschreiben, das geht natürlich auch, empfehlen würde ich das aber nicht, sondern wirklich hier auch ein Bild dann hochladen, jeweils dein Design halt. Was gut funktioniert, wenn du sagst, du machst vielleicht was, Name und dann sagst du, das Ganze soll personalisiert werden. Das muss ich selbst mal schauen. Ah ja, okay, das geht eben nicht, wenn die anderen Sachen eben auch, es geht nur bei Sachen, die auch für die Personalisierung freigegeben sind. Kann man jetzt hier sagen, Bäm, das kann der Kunde jetzt personalisieren und dann wollen wir noch, ist, ist so toll. Dann kann der Kunde hier reinschreiben, seinen Namen und ist so toll. Dann hat er direkt ein personalisiertes Shirt und so lassen sich halt echt coole Sachen machen. Personalisierungsfunktion ist schon einfach eine mega, mega coole Funktion. Das Sales Goal ist Wurst, das ist noch irgendwie so ein Überbleibsel aus früheren Tagen. Ich weiß auch nicht, warum das hier noch drin ist, also es hat eigentlich keinen Sinn mehr. Keine Ahnung, vielleicht lässt sich nicht rausprogrammieren. Gedruckt wird ab ein Stück. Hier oben kannst du noch die Währung dann einstellen, das jeweilige Land. Und dann siehst du hier unten nochmal die Basic-Informationen. Du kannst hier den Preis noch einstellen, du siehst auch direkt, was kleben bleibt. Ja, und du musst hier nicht in Vorleistung gehen und gar nichts. Du siehst direkt, das kommt am Schluss raus bei dem Verkaufsmaß. Ja, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich will, wir haben jetzt natürlich nur eine Farbe gewählt. Ich will, dass der Kunde, wenn er auf die Kampagne kommt, kann er die Vorderseite oder die Rückseite sich anschauen. In dem Fall natürlich die Frontseite. Dann gehen wir auf Weiter und sagen hier, ich personalisierbar bin. So, toll. So, gib mal eine Überschrift ein. Du kannst hier verschiedene Sprachen anwählen. In dem Fall machen wir Deutsch. Jetzt kannst du die Kampagne mit Tags ausstatten. Das sind Suchwörter. Wenn der Kunde eben bei Teasly auf den Marktplatz kommt, gibt er die und die Suchwörter ein, die du natürlich überlegen musst. Nischen relevant. Dann findet er deine Kampagne bestenfalls natürlich bei Teasly auf dem Marktplatz. Du kannst hier die Laufzeit der Kampagne einstellen. Ich würde es bei einem Tag lassen. Und natürlich auch Relaunch-Campaign. Automatisch, dass nach dem einen Tag eben die Kampagne immer wieder anläuft, sodass der Kunde so ein bisschen Zeit-Trigger hat und da in Zugzwang kommt und das Ding eben dann auch möglichst schnell kaufen soll. Hier können wir die URL uns noch einstellen, Facebook-Pixel hinterlegen und hier können wir sagen, Teasly Marktplatz ja oder nein. In dem Fall mache ich immer nein und du kannst dann noch sagen, okay, wir können jetzt hier noch einen Shop angeben, wo das Ding dann auch direkt publiziert werden soll. Dann gehen wir auf Launch-Campaign und dann ist unsere erste Test-Kampagne online. Herzlich willkommen, das hat super funktioniert. So, um auf Facebook werben zu können, ich habe ja eben schon gesagt, brauchen wir einen Facebook-Business-Manager-Account. Also das heißt, du brauchst den nicht unbedingt, du kannst auch über dein privates Profil einen Werbe-Account machen. Würde ich aber nicht empfehlen, denn wir wollen ja Business machen und da empfiehlt auch Facebook eben direkt mit einem Business-Manager, das einfach strikt zu trennen. Ja, du hast einfach auch viel, viel mehr Möglichkeiten in dem Business-Manager und das macht in dem Fall einfach mehr, mehr Sinn. So, jetzt haben wir hier unsere Kampagne erstellt. Ich bin jetzt nochmal hier auf Teasly gegangen und mal gerade mal schauen, wo sie ist. Da ist sie. Jetzt können wir hier auch nochmal in die Einstellungen reingehen und uns da dann die Mock-Ups runterladen. Was ist dein Mock-Up? Das sind eben die Bilder hier quasi, ja. Und zwar einmal hier, Download Mock-Ups und dann hast du die Bilder und kannst sie eben für Werbezwecke auch einsetzen. Es gibt noch so einen kleinen Hack, man kann hier auch rechte Maustaste und dann das neu öffnen. Dann gibt man hier oben Original ein und hängt hier vorne noch eine Null jeweils dran. Und dann kannst du hier mit rechter Maustaste das Ding eben auch runterladen. So, jetzt wollen wir dazu eine Werbeanzeige aufsetzen und dazu switchen wir mal schnell in den Business-Manager. Hast du dein Business-Account erstellt, dann sieht das in der Regel so aus. Hier oben kannst du, um auf Facebook werben zu können, brauchst du natürlich auch eine Page, eine Fan-Page sozusagen. Die kannst du hier eben erstellen bei Pages. Dann gehst du auf Add, sagst Add, create a new page. Wir nehmen in dem Fall Brand or Product. Das trifft einfach am meisten dann natürlich auch zu. Geben der Seite dann auch einen Namen. Ich mache jetzt einfach mal Beispiel-Seite, aber das sollte, optimalfall ist natürlich themenrelevant zu dem Thema, was du dir ausgesucht hast. Und sagst dann hier noch Chose a Category und kannst da dann eben auch deine Kategorie eingeben. Ich würde hier sagen Product and Service, das passt in der Regel ganz gut. Oder Clothing and Brand. Dann auf Create Page. Wir machen jetzt einfach mal. We have suggested ASDF. Ich habe glaube ich noch das Facebook auf Englisch stehende. Normal ist das ja in Deutsch. Also schlägt mir vor, das ASDF dann groß zu schreiben. Das mache ich dann auch mal gerne. Und genau, dann ist die Page erstellt. Dann solltest du der Page natürlich auch noch mal ein bisschen optisch auf die Sprünge helfen und auch noch ein paar Daten eintragen. Mittlerweile ist es auch Pflicht auf der Page ein Impressum zu haben und auch wegen Datenschutz etwas zu integrieren. Aber da google dich bitte mal selbst in das Thema rein, was da drauf und wie du das alles einträgst. Hier oben machen wir natürlich noch ein Cover rein. Da auch einfach mal googeln. Die aktuellen Maße habe ich jetzt nicht im Kopf. Hier können wir auch. Da soll natürlich auch dann ein Foto rein. Und dann ist die Page soweit einsatzbereit zum Werben. Und dann können wir direkt auch loslegen. Falls du dich doch noch ein bisschen unsicher fühlst, Thema Impressum und auch Datenschutzerklärung, schau bitte mal auf E-Recht24. Da gibt es einen kostenlosen Generator für das Facebook Impressum. Den kannst du definitiv nutzen. Natürlich, klar, ich bin auch kein Rechtsanwalt. Ich bin kein Datenschutzbeauftragter. Das, was ich dir hier weitergebe, sind nur leihenhafte Tipps. Ich darf das gar nicht so beraten. Und deswegen ist es nur ein Tipp. Und was du eben machen kannst, wenn du da wirklich noch Unsicherheiten hast, dann solltest du natürlich definitiv auch einen Spezialisten dann um Rat fragen. Informationspflichten bestehen natürlich auch auf der Facebook-Fan-Seite. Und dieser Artikel hier von der Datenschutzkanzlei zeigt dir eben auch, was du da integrieren solltest, wie du das machst und so weiter. Und ich denke, mit der Lösung fährt man dann schon relativ sicher. Schau dir das einfach mal an. Wenn du da unsicher bist, kannst du die Jungs bestimmt auch mal kontaktieren. So, soviel zur Facebook-Fan-Seite. Wir wollen aber jetzt auch ein bisschen praktisch werden und natürlich auch da dann direkt mal einen Post loslassen. Wie gesagt, die Seite haben wir eingerichtet und dann machen wir einen Post auf der Fan-Seite. Du kannst diesen Post natürlich auch über den Werbeanzeigenmanager machen. Wir machen ihn aber jetzt mal hier auf der Seite und wählen ihn dann nachher als Werbung aus. Ja, in dem Fall war das ja jetzt hier so eine, diese personalisierte Kampagne, die wir gemacht haben. Und ganz wichtig, du solltest vorher dir schon überlegt haben, für wen mache ich das Ganze? Du solltest vorher schon eine Zielgruppe im Kopf haben, denn ohne das bringt die ganze Werbung ja nichts. Ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt natürlich ein paar Sachen, die ganz gut laufen. Das hatte ich ja schon auch erzählt. Du kannst natürlich auch Trends nutzen, Berufe, das alles. Wir geben einfach mal auch gleich in der Facebook-Werbemaske mal so ein paar Sachen ein, um uns das anzuschauen. Und einfach beispielhaft, um da mal so ein bisschen zu gucken, was gibt es überhaupt alles für Zielgruppen und was kann man davon eben nehmen. Sagen wir mal, wir machen irgendwie ein Shirt für Handball-Fans, dann würde ich so schreiben, Handball-Fans aufgepasst. Dann hier immer mit Emojis noch ein bisschen aufwerten. Dann hier kaufen. Dann kommen Doppelpunkte rein und dann holen wir uns den Link von unserer Kampagne und kopieren den hier rein. Ja, und dann ganz wichtig, nicht so, weil so kann der Kunde, das ist ein sogenannter Link-Post. Wir wollen aber einen Post mit einem Foto machen und dann klicken wir das weg und gehen hier auf Foto und Video und laden dann unser Bild eben hoch, was wir uns eben heruntergeladen haben. So, da ist es auch schon. Dann sagen wir auf Share Now und dann ist unser erster Werbepost sozusagen fertig. Und jetzt erstellen wir dazu die Werbeanzeige. Wie das geht, erkläre ich dir gerade. Also, du bist hier oben drauf, dann gehst du. Es kann sein, dass es bei dir nochmal anders aussieht. Facebook ändert immer mal wieder die Oberfläche, aber die Grundfunktionen bleiben natürlich immer gleich. Wir müssen hier in den Ads-Manager rein. Es kann aber auch sein, dass du, oder ganz sicher sogar, wenn du ein neues Konto hast, dann hast du noch kein Ad-Account. Ja, dann musst du erst einen stellen. Dann gehst du hier auf Ad und sagst dann hier Create New Account. Gibst deine kompletten Daten ein und dann hast du ein Werbekonto fertig. Wenn du danach auf deinem Werbekonto bist, das erreichst du entweder hier oben drüber, über den Shortcut oder eben hier auf das Werbekonto und dann klickst du hier auf View Ad-Manager, dann bist du hier drauf. Ich stelle meinen Facebook gleich mal auf Deutsch um, damit wir das Ganze auch ein bisschen verständlicher haben. Eine Sekunde. So, jetzt geht es ab. Wir sind hier auf Deutsch unterwegs und gehen jetzt hier auf, ja geil, ist aber immer noch Englisch. Wir haben created any Werbeanzeigen yet. Machen wir aber jetzt. So, wir gehen auf Erstellen. Du kannst hier eine, das ist die Quick Creation. Du kannst aber auch sagen, ich will das hier so machen. Aber ganz ehrlich, ich hasse das so. Und deswegen machen wir direkt die Quick Creation. Wobei zum Erklären ist das hier schon ganz gut. Gut, du kannst, hast einmal drei verschiedene Marketingziele, Bekanntheit und Reichweite. Da ist natürlich, sind die Kosten um 1000 Menschen der CPM, Cost per Mill, also sind die Kosten um 1000 Menschen zu erreichen, natürlich gering. Aber das Ziel ist eben auch, deine Marke bekannt zu machen. Ja, aber nicht unbedingt, um Verkäufe zu generieren. Hier legst du das in Erwägung, Traffic zu generieren, also wirklich Klicks, was auch schon zu Verkäufen führen kann. Wenn unser Targeting stimmt, unsere Zielgruppe oder Interaktionen auf Beiträgen oder eben App-Installation, Videoaufrufe, Lead-Generierung oder Nachrichten. Und das hier hinten, das ist so der Bereich, wo wir eigentlich hinwollen. Convergence, da wollen wir Convergence generieren, also in dem Fall natürlich Verkäufe. Dann können wir über Kataloge, also kannst du auch einen Produktkatalog bei Facebook hinterlegen, kannst darüber dann Sales generieren. Oder eben Offline-Store-Traffic, dass man Leute eben in den Shop dann leiten möchte. Wir werden uns hier mit beschäftigen und hier für jetzt diese Demo-Kampagne nehmen wir direkt Convergence. Und mittlerweile ist es, also die Optimierung des Kampagnenbudgets wird, was habe ich gelesen, sollte eigentlich schon ab letztem Jahr Pflicht werden, dass man nur noch das nehmen kann. Aber die haben es nochmal rausgezögert und jetzt scheint es wohl so, dass ab Ende Februar nur noch das funktioniert. Was heißt das genau? Du hast einmal die Kampagne mit verschiedenen Werbeanzeigengruppen und Facebook regelt dann das Budget auf Kampagnen-Ebene und verteilt das Budget individuell in die Werbeanzeigen-Gruppen. In den Gruppen legst du Sachen fest wie Alter, Geschlecht, Zielgruppe und so weiter. Und vorher war es möglich, dass man sagt, man legt das Budget auf Werbeanzeigen-Gruppen-Ebene fest. So gibt man Facebook natürlich wieder mehr Kontrolle. Was die Sache am Ende des Tages wahrscheinlich nicht günstiger machen wird, muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Bisher habe ich bei meinem Test damit schon einiges an Geld wieder verblasen und ich stehe dem noch ein bisschen kritisch gegenüber. Aber wie gesagt, bald kann man es nicht mehr machen, kann man nicht mehr umschalten. Von daher nehmen wir es jetzt gleich rein. Und starten mit einem Test mal mit 10 Euro. Wir machen zwei Werbeanzeigen-Gruppen, sprich jede Werbeanzeigen-Gruppe hätte dann eben 5 Euro Budget. So, jetzt sagt er hier Werbekonto einrichten. Okay, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann musst du das eben da noch machen. Hast du noch keinen Facebook-Pixel, wird er dich hier direkt auch auffordern, einen zu machen. Dann machen wir das doch auch gerade noch schnell. Jawohl. Und den Pixel richten wir auch direkt ein. Zurück, Pixel-Code. Die Nummer brauchen wir. Diese Nummer, siehst du. Wir kopieren uns diese Nummer mal raus. Kannst du dir in einen Text-File reinkopieren. Ich habe es jetzt in dem Fall auf einem zweiten Monitor. Und hole mir dann eben diese Nummer 2243, bla 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 bla, hole ich mir dann mal raus. Und füge die noch bei T-Silly ein. Sorry, das hatte ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Weil mit diesem Facebook-Pixel haben wir entsprechende Marketing-Power. Was heißt das im Klartext? Update. Und dann ist der Pixel bei allen Facebook-Kampagnen integriert. Um das zu checken, geh einfach mal auf deine Kampagne, hol dir das Chrome-Plugin-Facebook-Pixel-Helper. Ich habe ihn jetzt hier gerade nicht aktiviert. Ich mache ihn gleich mal ab. Doch, ich habe ihn doch aktiviert, aber ich sehe ihn hier nicht. Das ist strange. Doch, da ist er. Ah, blind bin ich. So, da ist er auch schon. Was macht der Facebook-Pixel? Der Facebook-Pixel kommuniziert eben mit deiner Website und den Besuchern, die da drauf sind. Und gibt die Daten dann wiederum zurück an Facebook. Ich sage immer, das ist wie so ein Farbeimer, der quasi die Besucher markiert. Und du kannst aber auch bestimmte Sachen markieren lassen. Also du kannst sagen, okay, Besucher hat Angebot besucht. Besucher hat Angebot in den Warenkorb gelegt. Besucher hat Angebot gekauft. Und so kann man ganz viele Aktionen tracken, festhalten. Du siehst auch hier schon, was es alles gibt. Das kann ich alles quasi mir reinholen. Und kann dann eben auf diese bestimmten Events kann ich Facebook dann auch optimieren lassen. Und wir sagen jetzt hier in dem Fall mal in den Einkaufswagen. Jo, das dauert natürlich jetzt immer mal so, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten, bis da die ersten Daten dann zurückfließen und der Pixel dann auch aktiviert ist. Eventuell musst du dann hier nochmal neu die Sachen dann einrichten, damit es weitergeht. Jetzt schauen wir mal, nee, ist immer noch nicht aktiv, aber es sollte normalerweise dann das gleiche aktiv sein, weil wir waren ja hier eben auch schon drauf. Wir können auch mal sagen, wir legen das Produkt jetzt einfach mal in den Warenkorb. Ich gebe jetzt mal hier so einen fiktiven Namen ein, um hier auch mal die Personalisierungsfunktion zu zeigen. So, Place Order. Dann sollte jetzt auch gleich der Warenkorb getriggert sein. Jawohl. Da ist er. Checkout. Ja. Hier ist jetzt noch ein kleines Ausrufezeichen. Das warnt mich aber nur, dass der Pixel ist eben mit keinem Produktkatalog zusammenhängt. Das hat aber hier, ja, hat nichts zu sagen, einfach für dich. So, jetzt schauen wir mal, ob hier was zurückgekommen ist, ob der Pixel mittlerweile hier auswählbar ist. Das sollte ja natürlich für eine Conversion-Anzeige schon sein. Ansonsten nehme eine andere. Nee, kommt noch nichts zurück. Okay, dann müssen wir einfach noch mal ein bisschen warten. Ich mache trotzdem hier mal weiter, dass wir einfach die Anzeige mal aufgeben. Und dann, genau. So, wir machen nicht die dynamische Anzeigengestaltung. Wir machen auch kein Angebot, sondern wir gehen jetzt direkt hier in die Zielgruppeneingabemaske. Ja, und können hier natürlich das Land eingeben, wo wir werben wollen, das Alter, das Geschlecht. Wir sagen jetzt mal, okay, unsere Hauptzielgruppe ist meinetwegen von 25 bis 54. Noch so ein kleiner Hint. Du kannst hier in Facebook auch, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Audience Insights nennt sich das gute Programm. Das ist ein sogenannter Zielgruppen-Insights, Zielgruppen-Manager, wo du schon mal im Vorfeld schauen kannst, wie tickt denn meine Zielgruppe? Ich weiß nicht mehr, was hatten wir eben gesagt? Handball war unser Post. Genau, dann geben wir das hier einfach mal ein. Kriegen dann hier verschiedene Targetierungsmöglichkeiten angezeigt. Ich nehme mal das erste. Ja, das war eher falsch. Interessenhandball, das hört sich gut an. 2,5 bis 3 Millionen Leute, denen Handball gefällt. Wir sehen hier schon direkt die demografischen Angaben. So, die Hauptzielgruppe ist von 18 bis 44. Dann können wir auch sagen, was gefällt denn der Zielgruppe? Ja, passt das denn auch alles? Da sehe ich hier schon direkt Sportler. Steffen Gretschmer, Handball. Joshua Kimmich ist jetzt Fußballer, hat deutscher Handballbund, Team Sports. Also der Zielgruppe gefällt anscheinend Handball und Fußball und vor allem Astrabier. Können jetzt hier auch mal aufklicken, können mal gucken, was der Zielgruppe ist. Dann kommt hier schon einen sehr guten Eindruck, Helge Schneider, Musiker, was der Zielgruppe gefällt. Ja, es ist schon echt der Hammer. Die Daten sammelt natürlich Facebook im Hintergrund. Deswegen ist ja Facebook auch so viel wert an der Börse, eben weil jeder User natürlich Datenspur ohne Ende hinterlässt. Und die natürlich damit dann auch für uns, die wir jetzt hier Werbung schalten wollen, wird es natürlich dann interessant. Wir brennen ja dafür, wir zahlen ja dafür, um eben an diese Daten zu kommen. So, jetzt haben wir hier eine gewisse, also hier Ähnlichkeit drückt eben der Zielgruppe gefällt eben zu 569 mal eben Steffen Gretschmer. Die Wahrscheinlichkeit, sorry, die Wahrscheinlichkeit eben, mit der deine Zielgruppe, die angezeigte Seite, immer gleich zu allen Facebook-Nutzern gefällt. Also es hat eben eine sehr hohe Konkurrenz hier. Und wir können natürlich jetzt auch sagen, das mache ich immer bei Facebook-Werbeanzeigen, dass ich eine Zielgruppe mache, die ein bisschen breiter ist. Das ist Broad sozusagen, dass ich sage, okay, ich gehe einmal auf das Handballinteresse an sich und dann gehe ich aber nochmal auf, vielleicht kann man den auch targetieren, Steffen Gretschmer. Nein, leider nicht. Vielleicht, ähm, was hatten wir noch gehabt, Deutscher Handballbund, vielleicht kann man den eingeben. Auch nicht, okay, das machen wir nochmal, wir gehen nochmal hier in den Werbeanzeigen-Manager. Ne, geben hier mal Handball ein. So, jetzt haben wir hier Handballinteressen. Stefan Gretsch. Das ist wahrscheinlich zu klein. Also so Handballer lassen sich, wenn wir eigentlich nicht targetieren, aber eben teilweise Fußballer und so weiter, dass ich mir da eben eine Zielgruppe dann auch bastle. Hier sehen wir übrigens auch nochmal, ne, was man alles auch alle targetieren kann. Tennis, Tischtennis, Fußball, Badminton, Schwimmen, Baseball, Laufen, Golf. Also das zeigt ja auf Facebook immer wieder an, was, was ist denn da alles so möglich, ne. Und wir nutzen aber jetzt auch nochmal die Handeingabe, weil da nochmal andere Targets auch kommen. Handball-Weltmeisterschaft, Handball-Europameisterschaft, Internationale Handballföderation, da sind dann schon, wer das auf Facebook liked, der ist natürlich nochmal, ähm, das hier wichtig, sorry, das müssen wir ausmachen. Bringt im Regelfall nur mehr Kosten und weniger Verkäufe. Oh, 9800, das ist recht klein. Was haben wir denn, äh, können wir noch hier eingeben, nochmal Handball. Also wer sowas hier liked auf Facebook, der ist halt schon da tief im Thema und spielt wahrscheinlich auch selbst Handball, ja. 62.000 Leute, das ist, äh, ist nicht groß, ja, aber eine knackig feine Zielgruppe, wo du mit ziemlicher Sicherheit sagen kannst, dass die Leute auch Handball spielen, wenn wir jetzt ein T-Shirt für Handballspieler gemacht hätten, ja. Genau, viel mehr will ich jetzt hier auch nicht drauf eingehen, sonst wird das Video auch zu lange, da übers Targeting kann man noch stundenlang, ähm, diskutieren. Wichtig ist, dass du verschiedene, ähm, Zielgruppen dir zusammenstellst und eben, äh, die testest, ja. Ja, weil da kommst du bei Facebook nicht drum rum, testen, testen, testen. Ähm, stell dir immer den, deinen Traumkunde vor. Was macht er? Was für Produkte benutzt er? In was für Filme, was für Filme guckt er? Was für Bücher liest er? Was für Musik hört er? Ähm, was, was für Sachen, für Marken trägt er? Was für Events besucht er? Was für, äh, Interessen hat er, ja, dass man, versuchst du viel wie möglich über deine Wunschzielgruppe rauszukriegen und versuchst, das dann eben in Facebook einzugeben und abzugleichen. Und dazu eben kannst du hier Zielgruppeninsights benutzen oder eben auch den Werbeanzeigenmanager. Es gibt natürlich auch Tools wie, äh, den Targeting Interest Explorer, der dir dann nochmal alle möglichen Targets, ähm, ausspucken kann. Es gibt auch verschiedene Chrome-Plugins und, ähm, da kann man einfach mal ein bisschen mit rumspielen. So, jetzt wird es nochmal interessant. Hier Platzierung. In der Regel mache ich den ganzen Kram aus und gehe wirklich nur plain auf den Facebook-Newsfeed erst mal. Wenn ich da Verkäufe generiere, dann nehme ich auch Insta mit dazu. Aber wie gesagt, ich nehme hier alles raus. Ja, ich nehme hier wirklich alles raus. Und fange dann hiermit sozusagen an, ja. Geräte kann man in fast 95% der Fälle auch sagen Mobile, weil die Leute einfach nur über Mobile surfen. Die meisten zumindest. Genau. Und dann, du kannst dich halt noch viel, viel mehr einstellen, ne. Du kannst auch, Facebook hat ja nochmal mehr Kanäle. Ähm, wie gesagt, ich nutze im Regelfall immer ein Facebook-Newsfeed oder eben Instagram, wenn ich merke oder wenn ich mir sicher bin, dass meine Zielgruppe eher auf Insta da ist, was ja bei den Jüngeren natürlich der Fall ist. Oder wenn es auch ein Thema ist, wie zum Beispiel Gamer, die sind natürlich auch viel auf Insta. Ähm, da habe ich auch schon drüber viele Verkäufe generieren können. Wenn man denn Verkäufe da erzielt, dann kann man immer noch auf die anderen Places oder Placements skalieren und da schauen, ob dann eben noch was reinkommt. Du kannst hier auch noch eingeben, beschiebt spezifische Mobilgeräte. Ja, also es lässt sich wirklich alles, alles einstellen. Das ist schon echt heavy. Ähm, was hat er hier? Irgendwo meckert er noch? Gute Frage. Wir machen einfach mal weiter. Weiß nicht, was ich da noch... So, jetzt kommen wir hier, ach genau, jetzt kommen wir hier auf die Oberfläche mit der Werbeanzeige, wo wir halt die Werbeanzeige dann auch erstellen können. Wir geben hier unsere Fanpage. Die machen wir hier oben dann rein. Wir können eine Instagram-Platzierung auch mit zufügen. Wenn du keine eigene Insta-Seite hast, kannst du quasi so eine virtuelle Seite, die eben nicht wirklich existiert, aber einfach dann für Insta genutzt wird. Das ist halt eine normale Fan-Seite. Wird auf Insta dann abgebildet, aber die gibt es halt noch nicht wirklich. Ja, aber du kannst trotzdem Werbung machen, auch wenn du keine feste Insta-Seite hast. So, jetzt können wir hier, können wir uns hier Mock-Ups natürlich auch erstellen in dem Creative Hub von Facebook. Die können wir dann hier auswählen. Wir können auch hier eine Werbeanzeige erstellen. Hier kannst du Medien hinzufügende Slideshow und Videos erstellen. Mittlerweile lassen sich über Facebook auch echt coole Videos machen. Ja, wirklich ganz einfach. Super einfach. Geiles Video-Tool. Aber in dem Fall hat man gesagt, wir wollen den bestehenden Beitrag, den wir auf der Fan-Seite erstellt haben, bewerben. Ja, da ist er auch schon. Zack, zack. Einmal rein. Call-to-Action-Button nutze ich in der Regel nicht. Und dann wäre es soweit. So, hier ist der Pixel. Er ist grün. Das heißt, er ist aktiv. Den können wir nutzen. Wenn du für Analysezwecke, bei T-Silly macht das schon Sinn, bei Shirty, die haben jetzt nicht so ein gutes Analyse-Tool, dann kannst du hier noch URL-Parameter erstellen. Kannst sagen, Kampagnen-Quelle, dann nehmen wir dann Kampagnen-Name, Mittel, nehmen wir das Placement, Kampagnen-Name, Ad-Set-Name. Ach, sorry. Hier machen wir Ad-Set-Name. Bei Kampagnen-Name dann natürlich auch der Kampagnen-Name und bei Kampagnen-Inhalt eben die Ad, sodass wir nachher in den Analyse-Daten wissen, okay, aus der Werbeanzeigengruppe kamen die Verkäufe. Machst du natürlich eine Conversion-Anzeige, dann werden dir die Daten auch im Werbeanzeigen-Manager angezeigt. Und genau, wir machen aber hier jetzt gleich mal einen Cut, denn das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Wie interpretiere ich die Daten, die dann zurückkommen? Welche Parameter und welche Metriken muss ich auslesen, um sagen zu können, okay, das Ding wird was oder eben nicht. Nur so viel dazu. Es ist so ein bisschen wie Trading. Trading, es gibt verschiedene Metriken, wie zum Beispiel der Link-Klick, ja, das heißt, wenn Facebook schaut, wie teuer kostet dich der Link-Klick, also wenn ein Kunde auf den Link in deine Anzeige klickt und auf dein Angebot kommt, dieser Wert wird gemessen. Ist der unter einem Euro, ist natürlich alles ganz gut. Ist der unter 50 Cent, ist natürlich noch besser. Du musst dir immer so vorstellen, im Regelfall, das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber bei einem Produkt wie einem T-Shirt, brauchst du um die 10 bis 20 Link-Klicks, damit ein Verkauf kommt. Kostet dich der Link-Klick natürlich mehr, kannst du dir ja ausrechnen, was dir am Schluss dann übrig bleibt. Wenn der Link-Klick dich 50 Cent kostet, 10 Link-Klicks brauchst du für einen Verkauf, dann wären das quasi 5 Euro an Kosten, die du hast. Machst du 5 Euro nur Gewinn mit deinem Produkt, bleibt dir nichts über, ja. Und so kannst du da schon mal ein bisschen rechnen und gegen und einschätzen, was da so, was sich das Ding halt kostet und was gute Werte sind. Was natürlich auch, wenn nach 5 Euro keine soziale Interaktion auf dem Post entstanden ist, keine Likes, keine Kommentare, kein Teilen und trotzdem die Link-Klicks günstig sind, dann stimmt auch schon was nicht. Also es gibt immer mehr Metriken, immer das Gesamtbild muss halt passen irgendwo. Also wie kommt das Teil an, wie sind die Link-Klicks und kommen auch schon Signale wie in den Warenkorb. Ja, in den Warenkorb für 3 Euro das Signal, alles okay, günstiger natürlich super, weil im Schnitt brauchst du 3 Warenkorb-Signale für einen Verkauf. 10 Link-Klicks, 3 mal Warenkorb, 1 Verkauf. Das sind so die Metriken, auf die man achten sollte. Genau, wenn wir jetzt sagen bestätigen, dann ist das Ding online mit dem eingestellten Budget. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht besprochen, da bin ich eben mal so drüber gehuscht. Beziehungsweise normalerweise ist hier ein Feld, wo ich das eingeben kann, aber hier ist es tatsächlich nicht. Warum ist das hier nicht? Das ist echt, achso, ja, sorry, wir sind ja auf Kampagnen-Ebene. Das haben wir natürlich auf Kampagnen, ich war jetzt etwas verwirrt. Das ist natürlich auf Kampagnen-Ebene, dort haben wir gesagt 10 Euro Tagesbudget. Sorry, genau deshalb, da haben wir das Budget eingegeben. Ich war jetzt so in meinem Kampagnen, in meinem Werbeanzeigen-Gruppenbudget-Denken festgefahren. Dann sagen wir bestätigen, dann geht das Ding raus. Und wenn du in Zukunft dann damit fit bist, dann würde ich dir recht schnell empfehlen, hier diese Quick-Creation zu machen. Da ist alles einfach ein bisschen schneller. Da gibst du hier deinen Kampagnen-Name ein, stellst hier dann dein Ziel ein, hier dein Budget, hier der Name für die Anzeigen-Gruppe und der Anzeigen-Name. Und dann ist das alles viel, viel schneller und einfacher. Hier oben schaltest du zwischen den Reitern um, Kampagne, Werbeanzeigen, Gruppe-Anzeigen. Und kannst dann hier dementsprechend auch die Sachen dann viel, viel schneller dann noch auswählen. Ja, also ich bin da ein ganz großer Fan von Zielgruppe einstellen. Du kannst auch, übrigens, das haben wir eben gar nicht besprochen, du kannst auch hier sagen, ich nehme Handball und kreuze das eben Zielgruppe 1 grenzen mit Bier. Ja, auch das geht, das heißt, alle Leute, die Handball und Bier cool finden, filtert ihr dann raus. Und so kannst du nochmal ganz neue Ideen auch für deine Produkte kreieren. Platzierung. Genau, das unten lassen wir so, wie es ist. Und hier schalten wir, wie gesagt, machen wir die Werbeanzeige dann scharf. Ja, das war's. Damit ist das Ganze aktiv. Dann fängt Facebook an, Geld auszugeben, Daten einzukaufen und keine Angst, wenn du dort eben Ausgaben hast. Und die wirst du ganz sicher haben. Und du wirst auch Geld, viele sagen immer verbrennen. Ich sage aber, nein, das ist nicht verbrennen, weil du kaufst ja Daten ein. Das heißt, am Ende vom Tag kaufst du Daten ein und kriegst Feedback von der Zielgruppe, die du ausgewählt hast, für dein Produkt. Und wenn das halt eben nicht gut ist, was in den allermeisten Fällen so ist, du brauchst viele, viele Anläufe, um dann mal Verkäufe zu generieren. Das ist einfach ganz normal. Im Schnitt sind so die ersten Ergebnisse nach 30, 40 Kampagnen. Dann hat man so ungefähr den Dreh raus. Und so viel Werbebudget solltest du auch mitbringen, um da einfach mal ein bisschen mit rumzuspielen. Und dann irgendwann fängt es an zu laufen und wird eben auch profitabel für dich. Genau. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. War jetzt viel, viel Input. Und ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du Fragen hast, haust du es ab in die Kommentare. Bis dahin, lass ein Abo am Start, dann sind wir uns garantiert jeden Montag wieder. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.